Das ist keine Leiche, Mensch. Oh doch, wie ich das kann. Volltreffer. So, was macht denn der hier für ein... Bleibt der da einfach nur stehen? Scheiße, die Schmiere klebt überall. Sieht fast so aus, ne? Fehler. Wenn ich sage, das Licht wird ausgemacht, dann bleibt das auch aus. Ist das klar? Dass die das nicht begreifen, ey. Runter da. Nix Wertgegenstände, okay. Hm, Armwurst. Nehme ich auch gern. Ähm... Scherben, nicht gut. Ich muss noch irgendwie... Den einen Typen loswerden. Das fand ich doch dezent scheiße, dass der mich gesehen hat. Aber dann muss ich ihn halt jetzt ausschalten. Vor allem den Leichen und das interessiert die jetzt schon wieder gar nicht mehr. Das ist denen schon wieder völlig egal, dass da eine Leiche gelegen hat. Aber es sind mehr geworden. Kann das sein? Jetzt steht da unten einer rum. Lass die wohl in den Eintopf werfen. Sicher, dass du das wissen willst? Das ist der Typ, der da gestanden hat. Irgendwas stimmt nicht. Ich warte, bis der Typ vorbei ist. Da hinten. Ihr seht mich nicht. Ihr habt mich nicht gesehen. Jetzt muss ich den Typ da oben da loswerden. Hörst du mal hier die Funzel aus? Nichts. Wieder nichts. Echt eine Wahnsinnsausbeute hier. Nicht. Aber hier war irgendwas. Auch nicht? Okay, das ist lame. Aber hier. Wieder eine Lupe. Was wollen die mit so vielen Lupen? Von wem ist der Schatten? Von ihm. Wiedersehen. Du kommst mit. Ich bring dich an einen schöneren Ort. Glaub mir. Hier in der Ecke ist doch schön. Komm. Hab dich nicht so. So, was ist denn mit dem Kollegen hier oben eigentlich? Den können wir doch auch noch wegbringen. Den können wir doch auch noch wegbringen. Der hatte sogar noch was bei. Den bringen wir auch noch weg. Plöp. Eine Schere. Liegt hier sonst noch was? Nö. Wie lame ist das denn? Münzenhaufen. Totenliste. Totenliste. Neues Dokument. Erstmal die Renovierungsnotiz. Wer sie lesen möchte. Drückt halt Pause, ne? Kennt er ja. Und, äh, was war noch? Totenliste. Hier. Schädelbruch. Armbrustbolzen. Aha. Mord. Okay. Alles klar. Jupp, 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 jupp. Oh. Da ist ja noch einer. Wo auch immer er herkommt. Die Knot der Magen. Ich hab gehört, Essen soll helfen. Ist das schon wieder vorbei? Wann bist du flink? Leck dich mal hin. Im Liegen ist Arbeiten viel schöner. Glaub mir. Hatte ich ja richtig Schwein, dass ich den, äh, einen ausschalten konnte, ohne dass der andere mich gesehen hat. Boah. So, du kommst zu den anderen Kollegen. Was tut ihr? So, ich... Oh. Hier ist auch noch ein Schrank. Hallo. Herausspringen. Bam. So. Hier ist mir schon wieder viel zu viel Funzel. Da ist ein Lichtschalter. Aus. Da waren schon wieder Scherben, die ich nicht gesehen hab. Da hinten war doch noch eine Tür, ne? An der einen Stelle. Da geh ich jetzt nochmal fix hin. Da hinten war noch irgendwo eine Tür. Hier unten irgendwo. Die wollen wir doch nicht vergessen. Und da pennt jemand. Da macht's jemand richtig. Du befindest dich in einem Zustand, der mir sehr gefällt. Scherben. Zeig mir eine geschlossene Tür und ich mach sie auf. Uah. Dieser Mechanismus ist mir allerdings neu. Jetzt wär ein Schlüssel gut. Folge dem Weg. Folge einem. Folge einem. Was? Finde einen Weg, die Sicherheitstür zu überwinden. Mhm. Erstmal liegt da oben was. Da hat irgendwas rumgeblitzelt. Ich hab's da genau gesehen. Wo mach ich denn den jetzt hin? Hier ist ja eine Tür. Hier komm ich nicht rein. Hier komm ich hoch, oder? Nicht? Komm ich will da hoch. Ah, okay. Also muss ich irgendwie... Von hier aus. So. Dann hier rüber. Dann hier lang. So. Sehr gut. Wird nix liegen gelassen. So weit kommt's noch. Lichtschalter. Da. Aus. Gehen wir jetzt alle aus? Nö. Natürlich nicht. Was bist denn du? Ein Flachmann. Hier ist wieder ein Schränkchen. Der mir nicht wirklich viel bringt. Wo ist der Lichtschalter hierfür? Gibt's wieder keinen, oder was? Hier ist wieder einer. Ohne Licht ist doch eh viel schöner. Hier ist ja schon wieder eine Tür. Alter Schwede. Da ist ein Safe. Und hier ist schon wieder viel zu viel Licht. Nochmal. Nochmal. Da hinten ist ein Gitter. Hier gibt's sonst nix. Aber hier ist ein Safe. Ach ne. Ach ne. Ich kann durchglotzen. Hm. Was soll ich jetzt hier erkennen? Ich muss zugeben, ich hab da nicht viel erkannt. Bin ich jetzt blind? Oh mein. Oh mein, diese ganzen Puppen hier, ne. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie find ich die Puppen gruselig. Horrorkabinett hier. Horrorkabinett hier. Okay. Hier gibt's nix. Hier sind nur Spinde. Ähm. Hier war ich schon. Da waren die Kackscherben. Und hier war ich auch noch nicht drin. Oder? Doch, hier war ich doch schon. Klar, hier war ich schon. Okay. Ich muss irgendwie in die Richtung. Also, wenn mich das Ding tatsächlich dahin führt, wo ich hin muss. Dann muss ich irgendwie hier lang. Krieg mal hin. Hoffe ich. Was ist das? Okay, ist nur ne Lampe, die komisch Gold leuchtet. Okay, hier hab ich noch nicht alles abgesucht. Hier sind noch Schubfächer, die noch nicht durchforstet wurden. Gabel. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Hä? Wo hab ich denn das Ding her? Neues Dokument. Zutritt verboten. Unerlaubtes Eindringen jenseits dieses Punktes. Wird bestraft ohne Ausnahme. Bei Zweifeln der Offizier der Verwaltung. Aufsuchen. Was? Bei Zweifeln den Offizier der Verwaltung aufsuchen. Aha, okay. Auf direkten Befehl des Diebesfänger Generals. Punkt. Das hab ich außensweise mal vorgelesen, weil's kurz war, so. Zutritt verboten. Oh Gott, ich bin so verboten. Wer ich jetzt bestraft? Folge dem Weg der Toten. Ich möchte wissen, wie die Strafe aussieht. Ich mach die Tür mal wieder zu. Vielleicht fällt's dann nicht so auf. Was mir nicht gefällt, dass überall Scham rumliegen. Das find ich scheiße. Inventar voll. Schön. Das ist doch kacke. Gott, ich werd hier gesehen. Schloss knacken. Jawoll, ja. Goldbesteck. Glaub ich. Stell dich mal hin, ich seh doch nix. Deckel wieder drauf. So. Ich muss mich wohl wieder an so einen Haken ranbampen. Arschloch. Ich wollte gerade. Find ich nicht gut. Komisch. Immer eine Leiche und einen Haken frei. Und die Leichen sehen alle gleich aus. Ich trau mich nicht näher ran. Geh ran jetzt. Alter. Das grenzt an Mobbing. Na? Vor allem abhängen, wa? Rede mit mir. Boah, Alter. Diesen eingebildeten Typen immer. Los, ran da. Das so gut ist, was ich hier tue? Da ist eine Wache. Ähm, ob ich mich jetzt schon fallen lassen sollte? Da war doch gerade eine Wache, oder? Oder nicht? Ach, komm, fallen lassen. Das unten ist Cornelius ziemlich schwer zu finden. Aber ich brauche seinen verdammten Ring. Boah, Alter. Schrei' mich doch nicht instant so an, du Spasti. Egal ob Ihr reist. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.